ei gude würde der hesse jetzt sage der südhesse natürlich hier aber ich sage erst mal hallo und herzlich willkommen und guten schönen tag oder einen guten schönen tag wünsche ich euch obwohl es in letzter zeit ziemlich kalt ist aber soll ja wärmer werden laut der wettervorhersage meine vorhersage hier für diese folge ist hier komme ich nicht weiter ja warum wohl also weil es hier nicht weiter geht und auf der anderen seite bin ich an so ein flüsschen hochgegraxelt also an so ein steinchen das ding funktioniert nicht könnte mich auch weg teleportieren aber ich bin hier so was von interessant drauf beziehungsweise erst mal sehen ob ich hier überhaupt an landen kann darüber springen weil da hier gibt es keine chance und spring mal und nein da sprallt er ab komme ich hier weiter hoch hier komme ich nicht weiter ach du liebes läuschen sowas bekloppt das jetzt aber auch da kann ich also nur noch sozusagen hier hier weiter entlang warten und hier wird es höher nicht dass mich die strömung erfasst und dann auf einmal nicht wahr okay das sieht nicht so hoch aus ich sollte ich da irgendwie mal versuchen runter zu glitschen aber speicher ich erstmal ab also mit glitschen meine ich jetzt nicht hier was weiß ich ein programm fehler oder ein spiel fehler in dem man hier durch die meshes durch sinkt sondern ich meine mit glitschen so von wegen entlang gleiten das muss ich mir noch merken weil glitsch heißt also kommt von glitschig so denke ich mir das aber die glitsch ist computer technischen fehler so um das mal geben als information auch mal eingeräumt zu haben oder erwähnt zu haben ja das sieht gut aus okay aber hier war ich doch schon einmal wenn mich nicht alles täuschen täte tute tätere täte weil hier sind keine enemies mehr aha da geht es wieder unten ins grüne tal ja da bin ich ja her damals so und jetzt muss ich selber mal gucken mich orientieren ja das sieht aus ja da komme ich wieder hoch so denke ich mir das mal da komme ich wieder hoch moment ja jetzt habe ich mich ein bisschen aufgeladen und ich zeige noch mal was ich schon seit ein paar folgen mache oder installiert hatte und zwar den gothic weapons rebuild ich zeige das mal anhand dieser waffe hier die sieht viel besser aus bessere texturierung und feinere meshes das gilt sowohl als auch für bögen als auch hier zum beispiel bei dieser streitachs bei diesem schweren ast also alles ist da etwas verbessert worden also zwar nicht alles aber vieles das nun mal hält ebenso zur nebeninfo dass ich auch jetzt hier ein bisschen bessere optik in den waffen installiert habe ja also wir müssen wieder runter so das war ja hier kommen wir machen einfach mal hier ein einen jump runter und irgendwo war solche diese kleine chapalte genau richtig jetzt hier weiter ja da unten warten natürlich schon wieder meine freunde diese zehn alligatoren oder krokodile und und löwe und wissen nicht alle heißen heißen so ja und bevor da oben lauert doch schon einer wieder hier sehe ich denn hier fern oder sehe ich ja jetzt ist er wieder weg da cs krokodil ist da anvisiert so ich muss mal unbedingt hier speichern schauen wir mal ob der schmetter fall doch noch ein bisschen mehr bringt zu wissen also er hat mich schon der ist ja schon auch so ein bisschen anlädiert oh der springt mich auch noch an wie sind die denn jetzt plötzlich drauf alle hier jetzt muss ich doch mal hier in der schnell kompo machen oder in meiner schnellen abfolge wie ich es früher immer gemacht habe leute 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 manchmal gibt es zehn wo ist er denn obbe ist er da obbe fliegt da rum fass es nicht gut okidoki wahrscheinlich ist er irgendwo runter gefallen oder so aber auch hier sollte man wieder abspeichern gut weiter geht's das ist wieder so weitläufig hier ich denke mir warst du hier schon mal warst du hier noch nicht jetzt wieder hoch ich will wieder runter dabei geht es hier wieder hoch ja hier war ich schon mal hier war ich doch schon mal ja genau das mit dem ästchen hier da bin ich noch gar nicht rüber gegangen und stattdessen hier hin lang gegangen soweit ich das noch weiß und über mir ist was zu hören oder unter mir ich weiß es nicht ähm ja das ding da gucken wir erstmal hier genauer ab hier geht es nochmal hoch ja da 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 ich weiß ich weiß hier war ich doch schon mal glaube ich es ist wieder so vertrackt ja ok bergkristall hatte ich übersehen ne dann war ich hier schon mal ja das deucht mir leicht gut dann gehen wir jetzt mal da oben hoch ich kann mir jetzt nicht meine folgen nochmal angucken um genau zu sehen weil das ist die zeit habe ich nicht wo ich denn damals entlang gegangen bin ja hier waren wir noch nicht mal guck mal da ist so ein knuffiges wuscheliges tier in form eines trolls ja ähm speichern gut ich meine noch den schmetterpfeil eingelegt zu haben ok ja energietechnisch sieht es bei mir nicht so pralle aus deswegen aufgepasst dass ich ihn erstmal hier an die wand bringe beziehungsweise hier falls ich genug bekommen werden sollte dass ich hallo hallo toll du bist so old wer fällt als erstes ein glück ich nicht ach ja sollte man auch mal wieder hier gucken ja eine vollheilung gut ich habe noch ein paar magische vollheilungen das ist kein problem jetzt weiter geht's oh da hinten ist so eine kleine kapelle also es ist wirklich wunderbar ähm gemacht worden so hier wird's nicht weiter gehen aber hier geht's runter das überlegen wir uns nochmal und hier geht's rüber da ist wieder so ein blöder Löwe und hier ist bestimmt wieder eine Plattform die wohl nicht tun wird ja richtig kurz stehen geblieben automatisch und dann es kribbelt nur ein bisschen an die Füße und das war's dann okidoki ja dann haben wir hier wieder so eine Truhe die bewacht wird von dem Herrn Steinmann hier ähm überlegen falls es gefährlich werden könnte für mich dass ich dann mal hier gleich so ein lustiges knabberschwarzes Erz habe so Oha 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 OK sofort weg was ist jetzt hier was so nein das ist ja nicht so fassen die teile okay erst mal ein bisschen hier abstand waren aber nicht so nah dran und jetzt ist das ding hier wieder weg mann nummer mann gut dass ich ein bisschen gegen die flammen geschützt bin okay dann haben wir das auch geschafft war auch noch lava golem ja haben wir glaube ich schon mal gehabt jetzt gucken wir noch mal hier im logbuch da habt ihr mich wieder eine himmelsscheibe ein ornament für den schalter quadrat gefunden sturm raute 3 quadrat also die geometrische form sturm kenne ich noch nicht die anderen sind alles geometrie körper schatz suche im pendeltempel ich habe den schatz gefunden habe ich noch nicht gelesen was ich hier erledigt hatte aber in dem fall hat es sich dann auch erledigt dann hatten wir hier noch so ein löwen ja ich glaube ich mach folgendes ich werde erst mal abspeichern und den darunter fallen lassen auch nicht ab ne so ist wohl gespannt es juckt ihn nix bist du oh oh hat er es geschafft nach mich kaputt wenn er es geschafft hat nee er ist er noch am rumtanzen oi 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 habt ihr das gesehen nee jetzt hat er manchmal gibt es szenen die sind einfach göttlich gut der urlöwe bleibt erstmal da okay dann lassen wir den erst mal außen vor und werden selber hier über das morsche ästchen hier rüber schreiten gut okay ganz langsam stimmt dies und da ist ja noch einer da sind ja noch mehr ich bin mal gespannt wie viel feile ich da noch siehst du spring feile nee das waren die schmetter feile habe ich jetzt nicht mehr und deswegen mal eben wieder Gipfeile nehmen bleib hier wer ist näher dran das sieht man nicht so aha sollte nicht kratzen wenn ich die treffe mhm 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 dieses hin und her ach was solls keine experimente komm komm an und nerv mich nicht mache ich halt wieder meine Hickhack Aktion siehste funktioniert sogar besser als auf Kombos sich zu konzentrieren da muss man immer abwägen ach ja okay du auch ohne dass ich mal speichere hoffe dass das dann klappt äh klappt meine ich das wird es auch ja jo wo ist die schaltplatte jetzt zu ende gelaufen für die dreie hm 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 gut da drüber warm war geht es da noch weiter runter eigentlich ja aber aber hier geht es wohl auch weiter und die kleine plattform da kenne ich noch gar nicht okay dann machen wir mal hier eine Exkursion ja okay jetzt werde ich mal speichern so Attacke warum macht er jetzt wieder diese langen Schläge da ich wieder hier falsch kombiniert habe ja okay waren wir äh waren wir hier noch nicht und falls es nicht klappen sollte dann muss ich halt eben nochmal neu laden und vorher was essen los jetzt hat er super ich muss ja sowieso was neues essen das ist mir klar so äh hier steht kai tru die wird wahrscheinlich da drin sein aber erstmal hier ein bisschen gucken was es hier so alles gibt aha hier ist noch so eine plafo da komme ich ran okay da geht es runter hinter mir ja 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 und geht es hier irgendwie ja ich höre ein Schattenläufer ich höre ein Schattenläufer schnarche ein Schattenläufer der schnarche erinnert mich an mein schnarchen du wirst bestimmt hier drin sein ne ja da ist eine schon gut gut welchen wir uns dran aha erinnert mich an eine Höhle wo auch noch ein zweiter war mal erstmal wie das hier aussieht ah da ist die Truhe ich wusste es ich habe es geahnt dass da die Truhe ist und dann werden wahrscheinlich oh beia oh beia gut okay hauen wir den erstmal auf den Popo hier ok supi jahaha die Truhe ist hier jetzt kommt die große Frage die haben wir ja mitgekriegt dass ja sämtliche Truhen mit irgendwelchen Zauber behaftet sind wegen der Ornamente dass dann obwohl entweder hier welche gespawnt werden oder über mir das muss ich erstmal abchecken indem ich erstmal gespeichert habe und dann gucken wir 17.16 Uhr das ist eigentlich noch hell genug ach ja ok riskieren ok riskiere ich es oh oh hier, wir, weg oh ach so ach so ach so Okay, Mumie ist da. Eine Gift-Mumie sozusagen. So, wo ist der zweite hin? Normalerweise gibt es immer einen zweiten. Oder ist der draußen? Wo, dass sie so langsam sind? Ach, ich dachte, da stünden mehrere. Also im ersten Moment sah das aus, als wäre... Okay, hier kann man eine Combo gut machen. Zack, dann... Na, okay. Haut immer ab. Okay, dann muss ich halt eben das machen. Und ich langsam nach vorne streite. Boah, Leute, people, people, Leute, Leute. Ähm, nein, die Himmelscheibe. Das Ornament für Schalter Sonne. Okay, Sturm Sonne. Wie viele Ornamente werden das noch werden? Frage-Zeichen. Okay, jetzt wieder reorientieren. Da ging es auch noch runter. Jetzt muss ich mal gucken. Bin ich jetzt gegenüber von dem da, wo ich rausgekommen bin? Sieht so aus. Da sind so die vier. Okay. Gut, das haben wir auch. Da oben kommen wir nicht hoch. Und, äh, ja. Also, ergo, popergo. Geh mal runter. Ja. Das wird noch lustig. Das wird noch lustig, wenn ich alle Teleportportale mal in Action sehe. So, und weiter. Und wie geht es weiter? Hier geht es nicht mehr weiter. Oder runter. Ja. Blödheit muss bestraft werden, liebe Freunde. Aber da hinten ist ja dieser Spalt da. Und da oben ist ja auch noch so ein Heinz am Stehen. Wobei ich auch wieder nicht weiß, warst du da schon mal? Hier sind auch keine neuen Gegner, wo ich sagen könnte, ja, äh, das könnte ein neues Gebiet werden. Na ja, ich glaube, ich war hier schon mal. Ja, 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 ja. Oh, obwohl das sehr lang ist hier. Ich kriege den Kugel nicht fett. Wo bin ich denn bloß? Ach. Hier ist das mit den... Ach ja. Ach ja, jetzt haben wir den Kreis gedreht. Jetzt bin ich da. Also war es das nicht. Aha. So sollte ich jetzt noch mal hier hoch? Oder wie? Oder wat? Oder wat? Oder wie? Ja, das ist wirklich... Irgendwann muss ich wieder auch mal da runter. Weil ich unten auch noch nichts großartig... Ex... Naja, ex... 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 Expediert habe. Ex... Ja, hier war ich doch schon mal. Leute, ich muss mich wieder einschalten. Und irgendwie mal hier einen Pfad finden. Jawohl. Alle Wege führen nach irgendwo hin. Und ich weiß, ich weiß ja ganz zu Anfang, wo ich da rausgekommen bin. Bin ich, also von hier aus gesehen, linker Hand gegangen und war vorher irgendwo hier verschwunden. So eine Spalte, die irgendwo da ist. Aber kurzer Sinn und langer Gang muss ich hier nochmal hoch und gucken, was hier ist. Von da aus konnte ich nämlich auch so eine Statue sehen und die ist dann wohl hier. Na also, richtig. Aber war ich da schon? Ah, war ich schon mal. Hier ist keine... Keine Kreatur. Wo geht's denn hier lang? Oh doch, hier ist eine Kreatur. There's a creature. Okay. Das ist natürlich wieder hier. Die Chance für einen Überraschungsangriff im Schlaf. 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 Da liegt was im... Grab. So. Na, das nenne ich jetzt mal hier... Glücksgriff. So. Und tschüss. Tja. Peeples, was haben wir denn hier? Unwetter. Ich gebe das mal einzeln auf. Kleines Mana, reines Mana. Eislanze. Eiswelle. Aha. Reine Lebensenergie. Totes Skelett. Und schwere Wundenheilungen. So. Noch irgendwas in der Art. Das war's dann wohl. Okay. Äh, dann war ich hier noch nicht. Da gibt's hier wieder eine True. Schubidu, was machst du? Ich öffne gleich die True. So, hab ich dich denn schon? Kann da ja nicht sein. Siehste, hab ich dich noch nicht. Und... So. 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 So, abhauen. Wo? Ja, da ist wieder... Ach, da kommen die Steinhäutis. Die Steinhäutis, sag ich. Die steinernen Figürchen. Und tschüss. Okay. Lootgut gibt's bei denen nicht. Ja, dann haben wir das hier auch geschafft. Boah, Alter. Was gibt's denn jetzt für ein Ornament? Sonne, Mond und Sterne? Oder wie? Zacken. Aha. Ich habe das Ornament mit dem Schalter Zacken gefunden. Eins, zwei, drei, vier, sechs. Okay, zacken. Tja. Okay. Halb voll sind wir noch. So. Dann geht's hier auch noch weiter. Nein. Ja, ich muss mal warten, bis er hier gespeichert hat. Manchmal speichert er echt in der Minute. Oder zwei. Ja, und wie geht's dann hier weiter? Dann muss ich wieder runter, oder was? Dann kommt die große Frage, war ich denn da hinten? Bei diesen drei großen Zapfen schon. Mal hier ein bisschen Übersicht verschaffen. Aha. Okay. Das heißt, ich muss wieder runter. Und weiter schauen. Oder ich gehe hier runter. Vielleicht kommen wir hier ein bisschen weiter. Aber da kommen wir wieder ganz runter, ne? Ja, ich schalte mich dann wieder ein, liebe Freunde, wenn ich es irgendwie gepackt habe, hier irgendwie weiterzukommen. Ja, ich bin, habe gesucht und gesucht. Und dann gab es auch wirklich tatsächlich neue Pfade, die ich noch nicht gegangen bin. Aber die haben alle in eine Sackgasse geführt. Also immer so Plateaus, die nach oben führten, wo so eine Treppe ist. Naja, Treppe nicht, aber so ein schräger Aufgang, führte nach oben und dann Sackgasse. So war tolles jetzt aber auch. Und was haben wir hier? Moment. Okay, das ist eine Löwe, Löwen, Löwen, Löwen. Ist das ein Urlöwe nochmal? Ja, ich bin wieder hier unten angekommen, deswegen wollte ich das mal eben sagen. Und hier gibt es ein Urlöwe. Und wie sieht es mit meiner Verpflegung aus? Naja, ich speichere mal lieber. Denn als ich das erste Mal hier unten angekommen bin, bin ich ja rechts rum gegangen. Jetzt gehe ich mal einfach mal hier links rum. Na, wo bist du denn? Irgendwo bist du denn? Da bist du ja. Jo, okay. Hat ja geklappt. Hier wieder Waldbären. Irgendwo auch noch ein paar andere Bärchen gesehen. Aha, hier geht es noch weiter runter. Also hier habe ich wieder ein neues Gebiet zu entdecken. Das ist schön. Tja, die Musik ist leider wieder aus. Noch eine Waldbäre. Noch eine. Auch wenn die Musik aus ist, dann kann man halt eben hören, was hier alles so noch los ist. Aha. Aha. Als da hinten geht es runter. Ja, hört er? Wieder ein Schattenläufer. Ein Schnarchender. Scht. Ach, jemand. Ich war es nicht. Haus. Altbären. Alka. Ah. Wo kommt die denn plötzlich her? Die habe ich ja völlig übersehen. Die zehn Krokodile. Das Zeh Krokodile legt. Ah ja. Ja, da. Das wird übelst. Mal gucken, wie er reagiert. Oder wie es reagiert, besser gesagt. Aha, es reagiert so. Okay, noch geschafft. Perfekt. Gucken, habe ich noch meine Vollheilung. Hier. Ah. Das sieht nach Höhle aus, liebe Freunde. Und es könnte sein... Ja. Ja. Hier, hier, hier ist er. Hier ist er. Da muss er drin sein. Gut. Haben wir hier noch so ein Ende? Oh, ich muss auf die Zeit achten, liebe Freunde. Weltknöterich. Sehr gut. Also, ich weiß ja nicht, was hier noch alles ist. So. Oh, hier war Obelix. Hat seinen Hinkelstein hier hingestellt. Okay, dann gehen wir... Positionieren wir uns mal vor die Höhle. Und stopp. Und beenden diese Folge. Mit einem... Auf Wiedersehen. Herzlichen Dank fürs Reinschauen, angucken und die Grüße gehen nach draußen. Auch für Frybeard. Danke. Tschüss. 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 Vielen Dank.